Und ich wollte dich fragen, ob wir beide vielleicht Freunde werden können. Was bist du nur für ein Loser? Ich isolierte mich. Ich wollte von einer mordshohen Brücke springen. The Moon. The Moon? Irgendwie fühlt es sich fast so an, als wären wir Freunde. Ab morgen werde ich allen Leuten richtig in ihre Gesichter sehen. Ab morgen mache ich alles richtig. Schoko. Schoko! Schoko!